ok machen wir mit dem tag 26 also weiter da sind meine zündhölzer da muss ich mit der fackel ran und ganz vorsichtig sein ja ja das timing war gerade echt beschissen besonders gerade der moment so ich wollte mal gucken ob der selbst wenn hier die zeit angehalten ist ob der generator immer noch benzin frisst weil das habe ich bisher immer noch nicht rausgefunden wieso hast du keine zange dabei das nehme ich mit klebeband werde ich nachher noch mal gebrauchen das weiß ich was brauchen wir denn noch erst mal obwohl den feinen stoff brauchen wir nicht der kann weg ja jetzt jetzt weiß ich dass die tolle spinne noch mal erscheinen kann am ende auch verarscht mich doch nicht wie ich es hasse jetzt muss ich einen molotov dafür opfern damit ich wieder an meine werkbank komme wo meine fackel liegt ok hallo fackel nicht jetzt ausrüsten weil sonst brennst du die ganze zeit kommt zur seite kommt zur seite damit kann ich endlich neue molotovs machen lappen habe ich genug das habe ich mehr alkohol habe ich gar nicht so viel ich nehme einmal alkohol und zweimal benzin ok so klebeband kommt zur seite chitin auch ich könnte mir nochmal neue rüstung machen aber ernsthaft immer noch so schnell wie die beim letzten mal kaputt war und ich habe nicht gemerkt dass das irgendwas gebracht hätte bringt das uns auch nichts so 1 2 3 einmal unsere schaufel reparieren und hoffen dass wir endlich mal irgendwann stock finden irgendwo genau jetzt einmal mit der fackel gleich da aufräumen ok ich kann ihn solange ich noch in am morgen des neuen tages hier rumrenne kann ich den generator laufen lassen ohne probleme ok das fass brennt noch nicht das ist gut einmal noch und dann ist die fackel auch schon ausgedehnt wunderbar hat natürlich jetzt nicht gereicht das heißt ich muss mir eine neue fackel basteln so und wenn ich mir eine neue fackel gebastelt habe dann mache ich mir einen neuen dietrich mach den rest da hinten noch weg ein wert äh äh scheiß die wand an kann auch nicht wahr sein ich wollte mal die gasflaschen die da überall stehen ein bisschen umorientieren weil ernsthaft ich habe die jetzt bisher noch nicht einmal gebraucht so aufheben genau das gleiche halt mit dem explosiven fass weil ich hatte gehofft dass ich das treffe als dann die spinne da durch kam hat es natürlich nicht ähm ja dann muss ich die halt entsprechend woanders hinstellen so das einzige was ich vielleicht na komm erst mal eins nach dem anderen fackel wieder weg beziehungsweise die behalte ich mal im inventar dann kommt der ja hä kaum was zur seite hab ich kein holz mehr sieht so aus als ob ich kein holz mehr hätte doch da ein bisschen ich brauche neues holz ich muss holz kaufen so holz holz holzi holzi holz ich habe keinen platz am ende unter das macht nicht und schaffe ich platz andersrum zack 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 dahin und dahin Dann wird Holz geholt Um Zeug zu reparieren Ich war aber gerade echt enttäuscht Dass der Schrank nur für 2-3 Schläge Irgendwie ausgehalten hat Das war schade Dann wird der Türrahmen repariert Und eine neue Barrikade eingerichtet Wobei Ich möchte Vorher auf dieser Seite Eine Falle einrichten Hier kommt gleich auch noch eine Auf diese Seite hin Aber so kann ich schon mal Ein bisschen da die Zeit hinaus zögern Wenn da jemand versucht die Tür einzurammen So Eigentlich müsste ich das andere Schränkchen Auch noch reparieren Wie viel kostet mich das Nägel habe ich noch genug Aber muss ich ihn kurz holen Heute wieder viel Basis Bau Session Das wird hier irgendwie In diesem Sumpf auch Nötig So Bauen Reparieren Tada So Der Rest davon Wird Hier Reingelagert Weil Wenn hier mal die Fenster wieder kaputt gehen Dass ich die dann halt auch direkt danach Verbarrikadieren kann Ich habe Leichte Ressentiments Die explosiven Fässer Zu viele davon In diesen Raum zu stellen Weil es nachher eine Kettenreaktion geben könnte Und da habe ich doch ein bisschen Respekt vor So Erstmal Wieder Zeug verteilen Aber das kommt dahin Das explosive Fass Komm Da habe ich noch ein bisschen Platz Und den Gastank Tja Keine Ahnung Könnte ich hier hinpacken Auch wenn ich wahrscheinlich niemals dazu komme Das hier einzusetzen So Die drei hören sich wie eine kleine Kuhherde an So Kann jetzt da Dürfte gleich leer sein Tak 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 Haben ein bisschen mehr Holz Das restliche Holz Packe ich mal Was geht hier rein Und der Rest kommt In unsere Werkbank Und dann geht es gleich Ab ins Dorf Ich weiß doch Dass du darauf wartest The Cat Dass wir endlich ins Dorf gehen Da werden bestimmt gleich Richtig böse Dinge Irgendwie passieren Und wo ich gleich ganz toll Heulen werde So eben noch Die Uhr loswerden Die brauchen wir nicht mehr So Und dann sind wir doch Eigentlich Soweit zufrieden Oder Oder soll ich nochmal Kleinkaliber Muni kaufen Wir haben es ja Komm Nehmen wir mit Brauchen wir bestimmt gleich noch Okay Das ganze war nur ein Tutorial Habe ich recht Das ganze Kapitel 1 Die ganzen Stunden Die ich schon in dieses Spiel Gepackt habe Waren bestimmt nur Tutorial So Okay Knack knack Ich bin so weit Leroy Jenkins Hallo Spinnchen Und was wir schon wieder nicht gemacht haben Ihr wisst es Wofür brauche ich Fertigkeiten Wenn ich das alles ohne schaffe Ich bin so blöd Ich habe so viele Möglichkeiten Mir das Leben zu erleichtern Aber Keine davon benutze ich Es ist wirklich intelligent Dan strotzt Vor Intelligenz Was das ganze angeht Nicht dass ich das Alles in Outward Auch zum Beispiel nutzen würde Niemals Ähm Laterne Damit ich die Hände frei habe So Komm Brech ein Komm Signalfackeln Hast du mehr als genug Weißer Gator Oder wie soll ich das nennen Was steht da Das Wort Diebe Wurde in den Boden geritzt Kann ich den Türrahmen reparieren Oh ich sehe schon Ich kann Den Tollen Wasserkreaturen Nicht ausweichen In diesem Bereich Das ist noch ein Traktor Was ist das Ist das ein Hufeisen Oder Ist da ein Fragezeichen drauf Ja Die Batterie nehme ich mit Ein zerstörtes Gemälde Oh Mann Okay Unser neuer Erlöser Der Wald Ich habe fast den Eindruck Ich muss beim nächsten Mal Eine zweite Laterne mitnehmen Ach wie gut dass ich eine Schaufel dabei habe Ich werde auch nur die halbe Schaufel kaputt machen Wunderbar Altmetall Ich denke mal Das ist jetzt eine Abkürzung gewesen Ich gehe mal durch die Abkürzung Ja okay Das habe ich ja einmal Am Tag frei Ich hoffe ich bin Sehr viel Trouble aus dem Weg gegangen Okay da könnten wir durch Da liegt ein Toter im Wasser Was ist das Ist das Äquivalent einer Kettenfalle Habe ich das richtig gelesen Was Lad nach Lad nach Lad nach Lad nach Bolotnik Bitte was Was ist ein Bolotnik Auf jeden Fall Nichts Nettes Benzin Das wird ein richtiger Spaß Hier rechtzeitig wieder raus zu kommen Okay Gehen wir hier wieder rein Da steht wahrscheinlich wieder Dieb oder sowas in der Art Das Wort der Diebe wurde in den Boden geritzt Eine verrammelte Tür Lass mich raten Das wird nicht gut enden Ausgebrannte Hütte Das ist wahrscheinlich damit gemeint Barrikade jetzt Jetzt da richten Dass ich da auf jeden Fall nicht mehr rauskomme Oh man ey Okay ich höre hier irgendwas böses Oh fuck Okay Bolotnik ist eine mythische Figur aus dem Slavischen Ein Sumpfmann Okay Ja Kommt hin Ne Okay Ich denke mal Diese Ecke habe ich erkundet Komme ich jetzt Ne Hier komme ich nicht runter Das heißt Das war jetzt halt sowas wie ein Bonusabschnitt Dass ich eine Karte nochmal gefunden habe Dass da Oben nochmal irgendwas ist Jetzt hier vorsichtig sein Wer bist du Oh the fuck Warte mal Scheiße Nochmal Du lebst Der alte Mann streckt die Hand aus In einem Blinden Versuch mich zu erreichen No way Du kommst Hä Plötzlich springt der alte Mann auf Was sagst du da Ich spüre wie sich seine langen Fingernägel in meine Hand graben Es ist kein beschissener Baum Sieht aus wie ein Baum Aber die Gesichter Ich kenne die Arschlöcher Jedes einzelne So nah dran Und trotzdem falsch Die sind nicht echt Sind sie nicht Ab und zu Danke ich Gott Dass ich blind bin Muss ich nicht angucken Der alte Mann lässt meine Hand los Und lädt sich gegen die kaputte Stuhllehne Er seufzt erleichtert Ekelt mich an Ekelt mich an Die Sauerei Pisch ist ne Abschaum Die ganze Zeit muss ich Den Dem erbärmlichen Geschwätz zu hören Immer nur der Gejammer Als würde ich ihm abnehmen Dass es ein Mensch ist Dass es meine Zorcha ist Ja klar Plötzlich greift er meine beiden Hände nach Mit beiden Händen nach mir Und fällt dabei fast aus dem Stuhl Er packt an meinem Ärmel Er packt an meinen Ärmel Ja Ich spüre sein ganzes Gewicht auf mir Du Kumpel Du hast Hände und Beine Starke Arme Ich fälle dich an Schaff das tragedische Ding aus meinem Dorf Ich halte es keinen Tag länger aus Dem scheußlichen Ding beim Jammern und Flehen zuzuhören Ich will in den Frieden sterben Teufel Nochmal Ich will in den Frieden sterben Hör mir zu Hab lange drüber nachgedacht Hatte viel Zeit zum Nachdenken Verfick nochmal Seine Augen weiten sich Seine Pupillen sind milchig weiß Ich spüre wie er sich an meinem Mantel hochzieht Du musst den Keller finden Ja sieg's Keller Ich weiß noch genau Der ist direkt neben dem Baum Der Baum ist zu groß Von oben kommst nicht ran Muss von unten versuchen Such den Keller Und da findest du ganz sicher die Wurzeln vom Baum Das scheiß Ding muss ja Wurzeln haben Und da sind sie Zerstör sie Zieh dran Zerr dran Bieg da dran rum Nicht verdammt nochmal Du kriegst das hin Ich weiß dass du's kannst Der alte Mann rutscht von meinem Mantel ab Direkt in seinen kaputten Rollstuhl Einen Augenblick lang sucht er seinen Stein Den er dann dazu benutzt Sich vom schlammigen Boden der Scheune abzustützen Danke Danke Oh Gott Es ist schon ein erbärmlicher Anblick Was residiert schon wieder Der alte Mann sehnt sich mit Mir mit finsterem Blick entgegen Der Rollstuhl Hab im Krieg meine Beine verloren Dann haben die Wichser mein Haus Und mein Schwein abgefackelt Aber das war ja nach dem Krieg Um die Seuche zu bekämpfen Haben sie gesagt Und meine Zorra Die Seuche hat sie mir genommen Ich hab nur den Rollstuhl Und das Land hier Vor Jahren Als meine Augen noch gut waren Sind oft Leute hier durchgekommen Sind aus ihren Hütten gegangen Und sind Darüber gegangen Wo der verdammte Baum wächst Sind oft nachts gegangen Dass keiner sie sehen konnte Sind tief in den dunklen Wald gegangen Und nie zurückgekommen Und nie zurückgekommen Ein paar von denen haben gesagt Dass sie nach Hause gehen Aber die meisten haben nix gesagt Ich weiß nicht Das Land hat sich verändert Die Bäume haben uns vom Rest der Welt abgeschnitten Aber mein Zuhause ist schon immer hier Dann ist das riesige stöhnende Scheußliche Ding aus dem Boden gewachsen Hat den Weg blockiert Und das war's dann Keiner hat es seitdem durchgeschafft Vielleicht haben die Leute Einen anderen Ort gefunden Vielleicht sind sie im Sumf gestorben So wie wir So wie wir Also ist er schon tot? Hier lebt keiner mehr Alle sind tot Aber manchmal Der Mann senkt die Stimme Manchmal Höre ich die Schritte Wecken mich nachts auf Das Geräusch von nockten Füßen auf dem Boden Und Glocken oder sowas Kommen aus dem Nichts Bewegen sich zu Bäumen Und dann wieder zurück An mir vorbei Wie ein Albtraum Ein verschissener Albtraum Es war hier einmal anders Erst hat sich der Wald verändert Überall sind plötzlich Bäume gewachsen Haben uns abgeschnitten Dann hat's Wasser Unsere Felder überschwemmt Die Leute sind verrückt geworden Voll lauter Hunger Haben ums Essen gekämpft Wenn du irgendwo Räder findest Zwei so kleine Räder Damit ich einen Rollstuhl reparieren kann Bringt dir vielleicht auch was Das wollte ich hören Oh Mann ey Okay Okay da hab ich zu schnell geklickt Der alte Mann greift nach dem Foto Befühlt es Und nimmt dann einen kleinen Gegenstand Aus Glas aus seiner Tasche Den er sich ans Auge hält Die Straße Die Straße nach Hause Was denn auf den Scheißdreck Die Straße ist ein Wahnsinn Ist das Okay Diese Tür ist von der anderen Seite Versperrt Wir können die Barrikade entfernen Das Ding ist aber Nicht dass wir dadurch den Mann hier umbringen Ja den Fisch den können wir ihm lassen Den brauchen wir nicht Oh das hört sich nicht gut an Also hier geht es immer tiefer rein Also ich muss langsam echt aufpassen Dass ich auch irgendwann zurück muss Eine Kiste mit dem Code Ihr hört das große Gestapfe oder Was ist das Zange Ich hab ne Zange Ich hab ne Zange Ich seh die Krone eines gewaltigen Baumes Durch das kleine Fenster unter der Decke Lotterie los Feinen Stoff Irgendetwas was wir nicht brauchen Komm Wir haben genug Seile Okay das ist der Zeitpunkt Zeitpunkt Gibt es hier vielleicht ne Abkürzung nach Hause Oh je Okay Licht 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 Oder auch nicht Flucht Ich kann mich nicht rechtzeitig heilen Ist das nicht das neueste Spielzeitpunkt So essen und dann müssen wir gleich ganz fix nach Hause So Nachladen Ist halt die Frage Komme ich hier durch wieder nach Hause Oder muss ich noch einen anderen Weg gehen Ah hier war ich schon Ach gut Das ist gut Okay dann weiß ich wo ich das nächste Mal Zurück komme Okay dann ist das ja noch gar nicht so weit Ja das passiert natürlich wenn ich ganze Zeit Licht anhabe Klar So Brauche ich das? Nein Das muss ich jetzt noch nicht nutzen Okay mit der neuen Zange Kann ich dann natürlich Die Werkbank aufrüsten Und unsere neue Schrotflinte herstellen Oder Ich finde noch eine Zange Und mache uns eine Pumpgun Oh ich brauche noch eine Zange Ich brauche noch eine Zange Oh ich glaube dann warte ich nochmal Okay Wie wahrscheinlich ist es Dass ich da unten noch eine Zange finde Oder ich Warte mal Ich gucke jetzt mal erstmal in unser Journal rein Wir haben die Krüppel gefunden Ich habe einen verkrüppelten alten Mann Im gefluteten Dorf gefunden Er ist dort der letzte Überlebende Er hat mich gebeten Den entsprechenden Baum zu zerstören Er behauptet Dass ich zuerst den Keller in der Nähe des Baumes Erreichen muss Dort finde ich seine Wurzeln Die ich verbrennen muss Angeblich ist das die einzige Möglichkeit Diese Monströsität loszuwerden Ein Ratschlag von einem blinden Tauben Alten Mann ohne Beine Ist die einzige Spur Die ich bisher habe Ist nicht viel Aber daran kann ich mich gewöhnen So So Jetzt auf den Timer schauen So So Altes Tagebuch Kompressor Okay Ich habe jetzt noch mehrere Möglichkeiten Ich könnte jetzt erstmal hier hingehen Weil ich glaube hier geht die Story weiter Und hier bei den anderen beiden halt Nicht So Das zerkoche ich gleich Ähm Zeug zum Verkaufen Und noch mehr Benzin Alkohol zur Seite Das Mir geht nämlich die Muni hier aus Ich habe natürlich jetzt auch keine Verbände mehr Also mache ich jetzt erstmal Zwei neue Schaufel reparieren Jetzt brauche ich nur noch einen Stock Wo kriege ich einen verdammten Stock her Kann doch nie wahr sein Dass es so schwer ist Kann ich einen Stock herstellen Das wäre es jetzt gewesen Dass ich Nicht drauf gedacht hätte Dass ich vielleicht einen herstellen könnte Okay Hier ist die Effizienz natürlich auch viel viel besser In diesem Oben Es gibt fünf Zangen im Sumpf Okay Ach Da sind die Löcher Das könnte natürlich auch eine Abkürzung wieder Zurück zum Anderem Haus Aber das ist so weit weg Im Rohrmagazin habe ich Klebeband Und Zeug habe ich auch genug Nee Ich habe momentan auch Tatsächlich nur noch eine einzige Schrotkugel Also lohnt sich die Schrotflinte gerade herzustellen Auch nicht Gut Ähm Mist Wünsche ich wenigstens Dass ich mir die Axt schon herstellen könnte Okay Dann gehen wir mal hier ein bisschen nach rechts oben Gucken nochmal ein bisschen in diesem Regen Um so ein bisschen ausgesst Das ist so weit weggegangen ist Das ist so weit weggegangen ist Und das ist so weit weggegangen ist hier bin ich noch beim dorf natürlich habe ich ja auch gerade schon wieder keine meiner fertigkeiten eingesetzt das war natürlich auch schon wieder so richtig in talent eben noch das kleine stückchen hier hinten gucken Stöcker wenn ich wahrscheinlich nisch schade ich dachte da wird es jetzt noch Stöcker geben jetzt da ist immer noch nicht da oben bei diesen Friedhof symbolen gewesen ja ja ich weiß dass ich vor einbruch der dunkle wieder da hinten hingehen sollte keine Zeit darüber nachzudenken direkt wie konnte ich denn das übersehen ok nächster Tag am nächsten Tag gehe ich da rein ich dachte gerade das das glitzert so komisch der Rest wird das Fleisch esse ich gleich ähm was kommt da hin weg 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 habe ich noch irgendwas was ich noch vor der Nacht hier brauche ich gucke nochmal wie unser Generator ausschaut er hat noch genug Saft das sieht ja blau habe ich glaube ich in diesem Spiel auch bisher noch nicht gesehen das ist eine merkwürdige Nacht oh ich habe den Generator gar nicht eingeschaltet ich Hornochse ja das hätte ich jetzt auch noch fast geschafft es ist nicht passiert es ist gar nicht passiert es ist gar nicht passiert ok wir können einmal am Tag alles um uns herum sehen das können wir theoretisch auch gleich mal einsetzen wir können Feinde in der Nähe verscheuchen was war das war das klopfen oder war das irgendwas anderes hört sich hört sich nach drei Hunden an kämpfen die da gegen irgendwas was geht da bitte schön ab ah verdammt die Schrotflinte kann ich nicht nachladen kacke Mann letztes Magazin für unsere Pistole toter tausend Füßler da sind tausend Füßler der in den Körper da eines jetzt doch nicht dass da noch einer kommt ich fühle mich so verarscht ich habe nur noch ein halbes Magazin ok jetzt stelle ich mich mal hier hin wenn er da nämlich als nächstes rauskommt dann habe ich das Fass wenigstens da dann brauche ich nur einen Schuss mir geht die Muni aus schon wieder Wasser leer das hätte jetzt auch gefehlt Tag 27 20